4 fährt jetzt dahin und 5 fährt dahin. Repariert es. Komm, auf. Was bist du? Jö, eine Einheit. Hey, du bist doch Lanzer, oder? Bist ein Lanzer, oder? Ja, komm. Lanzer, ja. Scheiße, ich sehe so schlecht, was oben links steht. Da ist die scheiß Fraps-Zeit. Und du sollst da nein. Scheiß Fraps. Erst mal irgendwo speichern, komm. Speichern. Die Mission ist halber vorbei und die Einheiten sind haltbar da. Wahrscheinlich muss ich in der nächsten Mission geht es dann da oben irgendwo weiter und dann muss ich wieder von da nach Hupfern, dann wieder zurück. Ich hasse es. Ich störe immer noch darum, ob ich euch nicht irgendwie woanders hingeschickt. Scheinbar nicht. Wo stecke ich euch hin? Nehm ich Mösser mit? Was nehm ich mit? Gute Frage. Was nehm ich mit? Was nehm ich mit? Euch schicke ich dann auf? Keine Ahnung warum, aber ihr müsst dann auf. Ihr seid... Da oben gefragt. Ach ja, der wurde ja beschossen. Na dann bauen wir da... Einfach so als... Oder bauen wir einen Bunker? Äh, ich bau Türme. Ich bau nur Türme. Höh. Honkytonk und die zwei Türme. Hä, hä. Kennt doch jeder den Film. Was bist du? Reparaturarm. Dich nämlich auch mit... Nein, nein, Moment. Du bist... Cobra? Cobra? Was war jetzt wieder das Gute? Ach, scheiße. Äh, Cobra mit Halbketten. Ja, du warst die Gute. Komm. Brauche ich. Brauche ich noch eins. Dann brauche ich noch... Nein. Du bist befördert. Du fährst damit... Nein. Ihr zwei. Ach, komm schon. Nein. Hm, mehr, mehr. Konstruktion abgeschlossen. Ich, halt, nein. Du bist doch nur ein leichtes Geschütze. Dich will ich nicht. Geh weg. Das ist ja eklig, leichte Geschütze. Du. Du bist befördert. Du kommst doch mit und... Was brauche ich überhaupt? Äh. Aber wieder doch so ein Punkabas. Da kommt Dich nämlich auch noch ein mit. Dann, was willst du? Mittleres Geschütze. Nähm ich mit. Dich nämlich auch noch mit. Komm. Muss reichen. Hoffentlich werde ich gerade nicht noch größer. Dann kotze ich. Warum bist du so langsam? Ach, weil du Halbketten bist. Okay. Da war ja noch irgend so viel Konstruktion meinerseits irgendwann mal. Nö. Die so etwas langsam war. Okay. Hä? Okay, Moment. Irgendwas passt jetzt nicht ganz. So passt's. Vielleicht. Keine Ahnung. Das braucht Vorsicht, aber ich hab' gesagt was. Hilft mir doch mal jemand. Egal. Hab' keine Zeit mehr. Los, los, los. Volle Riesenarmee. Sieht wie ne kleine Karre aus. Das wird... Hm. Jam, jam, jam. Äh. Reparaturarmen. Zwei. Ach, können aber wieder nicht hinfahren. Und eins. Ach, die waren ja vorher schon. Was? Jetzt schon? Hm, jam, jam, jam. Geil. Geil, ja. Ach, das sind nur so langsame Türme. Ja, das sind nur langsame Türme. Die laufen nicht so schnell wie die schnellen Türme. Oh, geil. Oh, dann kommt's schon wieder mit den blauen Raketen. Warum sind die blau? Oh, und was macht das schon wieder so unsagbar viel Schaden? Die Raketen? Warte, wo sind die Raketen blau? Was ist das so insane? Ne? Ich fang gleich an, selber über meine Witze zu lachen. Oh, da ist noch was. Und ach, so eine verflickte Scheiße. So, jetzt. Hat der eben seitlich wegschossen? Nein, das geht nicht. Obwohl. Was? Kein Artefakt? Geiziger Arschlöcher. Ich will auch endlich vernichten. Will ich jetzt richtig oder vernichten die Raketen sagen? Keine Ahnung, was ich sagen will. Ach Gott, bin ich heute scheiße. Wie immer. Ich habe ihn verbessert im Gegensatz zum letzten Mal. Jetzt bin ich auch. Neun Zehntel, so scheiße. Oh Mann. Ich laber einen Mist. Okay, wer jetzt das Fenster noch nicht zugemacht hat. Das Videofenster hat echt einen Sprung in den Schüttel. Habt ihr nichts richtiges zu tun, wie euren Rasenmähen? Oder, keine Ahnung, Eis essen gehen? Karten auszubauen? Irgendwas Vernünftiges müsste doch zu tun haben. Oh, speichern. Speichern. Und ich gehe, ich gehe, ich gehe rauf, runter, runter, rauf. Untenrum. Ich gehe untenrum. Unten ist immer besser als oben. Zumindest bei Frauen, ne? Ah, sexistisch. Das wollen die Leute hören, ne? Oh, geil, wie die vorbeischießen. Wie? Guck mal, ein riesiges Haus, das so groß ist wie wir. Moment. Die Häuser sind wirklich so groß wie meine Panzer. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Also entweder sind das nur irgendwelche kleinen Scheißhäuser. Oh, komm. Das sind doch nur so dumme Cyborgs. Oder sind das Cyborgs? Sind das irgendwas scheißdummes halt. Stellt euch nicht so an. Ah, komm, jagt doch die Häuser in die Luft. Was ist das überhaupt mal Punkbuster? Punk, Punk, Punkbuster? Nee. Bungerbuster, nicht Punkbuster. Ich komme auf Punkbuster. Achso. Da, da war ja noch was. Komm, ich will nicht mal schießen sehen. Phänomenale Schussgeschwindigkeit. Aber vernichten. Für Gebäude. Das sind meine anderen aber auch. Zumindest gegen die Scheißblechhütten. Also, ich will mal an. Wir müssen hier lang irgendwie. Vielleicht. Möglicherweise. Man weiß es nicht genau. Man mungelt bloß. Da sind Blechhütten. Da fahren wir mal lang. Können wir es kaputt schießen. Boah, wer das wieder alles bezahlen muss. Oh, das tut mir leid. Das muss teuer sein. Das muss teuer sein. Nein, nein, nein. Rauf, links, rauf, links, rauf, links, rauf, links, rauf, links. Warum gibt es keine richtige Karte in dem Spiel? Habe ich gar nicht seine Lidenbilder oder sowas? Warum soll ich mal blind in solchen Spielen rumeiern? Das ist bei jedem Spiel so, oder? Also, jedem... Boah, ihr seid so dämlich. Naja, das sind ja auch meine Einheiten, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Ah, ja, wir haben in jedem Spiel, dass man moderne Einheiten hat. Oder moderne Technologie muss man trotzdem alles erkunden. Ich meine, haben die keine Satellitenbilder oder sowas? Sind die zu blöd, sowas zu machen? Verdammt, kann doch nicht so schwer sein. Schlimm. Und wir fahren... Wir haben noch ein wenig Zeit, ne? Haben wir noch Zeit? Ja, noch schon, aber... Was kommt da noch so, ne? Jam, jam, jam. Gut, die Karte ist jetzt nicht so riesengroß wie die letzte. Die wahrscheinlich wieder irgendwann kommt. Ja, hoffentlich nicht. Und warum stehst du jetzt da oben rum? Oh. Was ist das da überhaupt? Warum ist das grün? Soll das radioaktiv verstrahlt sein, oder... Hat er denn besoffener irgendwie was hingemalt? Hey, guck mal, da ist noch Farbe. Grüne Panzerfarbe, was machen wir mit dir? Hey, wir könnten's auf den Boden schütten. Das sieht bestimmt cool aus. Naja, bestimmt. Äh... Ach, was? Warum greifen die mich mit in so... Ach, geil, mal Einheiten sterben schon wieder. Geil. Und ich kann keine neuen holen, ne? Äh... Okay. Scheiße. Zwo, vier, sechs... Uh... Ich hab gespeichert, richtig? Irgendwo hab ich schon mal gespeichert. Oh, nein. Oh, fuck off. Hätte ich irgendwas mitbringen sollen? Ich kann hier irgendwo Verstärkung holen? Nein. Verdammt. Es sind noch fünf Einheiten? Oh, fuckt euch doch. Was? Okay, ich mach irgendwas falsch. Kann das sein? Ich meine, da braucht doch Riesenarmee. Ich kann auch hierici.